Und willkommen zum zweiten Video zu den Partys von ARS. Heute mal im Dunkeln. Rot, gelb, grün und blau. Stellen wir mal hin. Schon einiges an Schwarzpulver rausgerieselt hier aus der Packung. Schau mal. Fangen wir an mit den grünen. Fangen wir an mit den grünen. Na ja, machen wir mal den roten. Nicht mehr so viel Schwarzpulver dran, würde ich mal sagen, wenn der Rest da schon rausgepröselt ist. Erstmal mit dem blauen. Wird krass sein, der funktioniert gar nicht. Aber der funktioniert. Oh, blau ist der nicht zu sehen. Das sind aber leise Crackling Fontänen. Und jetzt noch den einen Game. Das war heftig. Danke fürs zu sehen.